Da bist du, guck mal, mein Fahrzeug. Nein! Ey! Warum? Ja, jetzt steck mich hier im Baum. Diese Farbe ist so scheiße, Mann! Und du rangst mich auch weg. Du kannst dich nicht bewegen. Ich komm nicht hier hin. Junge, selbst dein Bus ist beweglicher als dieses Teil hier, Mann. Das ist geil gewesen. Ich bin nicht unten durch. Ich hab da auch nicht. Guck mal, du bist ja schon wieder da, Alter. Er hekt das. Mann, Digger. Sie rammt mich einfach weg. Was ist das, dieses Modus? Oh, Junge. Ich krieg den warm aus, Alter. Jetzt, hey. Ein wunderschön zu einer wunderschönen neuen Folge GTA Online. Ja, was soll ich sagen? Wir kommen wieder mal auf dem Mega-Games-Server. Und wir spielen gute Renn-Modes. Und mit dabei ist der gute Computer46. Fabio, hallo. Herzlich willkommen. Was geht's? Mega-Games-5M-Server. Ähm, ja. Rennen. Drei Stück ungefähr. Wenn es kurze sind, machen wir vielleicht vier. Wir machen ein internes Duell auch zwischen uns beiden. Also wer kommt von uns beiden als Erster ins Ziel? Dafür gibt's dann jeweils immer einen Punkt. Und wir können uns aber auch intern Ziele setzen für andere. Der Dennis hat schon ein sehr hohes Ziel gesetzt. Top 25 soll's sein. Wie viele sind denn gerade mit dabei? 71 Checkpoints. Ist auf jeden Fall ein bisschen länger. Und das sind Runden scheinbar. Ja, ich sag, ich fang erstmal mit einer soliden Top 10 an, würde ich sagen. Top 10 wäre doch so ein schönes Ziel. Aber intern. Fighten waren natürlich in erster Linie gegeneinander. Das heißt, wer von uns beiden erreicht das Ziel zuerst? Viel Spaß, Freunde. Ich hab richtig Bock drauf. Jetzt müssen wir mal einen perfekten Burnout hinkriegen. Yes. Perfekt Burnout. Jawoll. Das ist es. Ich mach den Sport. Okay. Ich start ganz hinten. Ja, nicht ganz. Ich start ganz hinten. Voila. Loll. Das ist jetzt halt bevor... Achso, das ist ja kein Kontakt. Das ist ja richtig gut, ja. Ich bagge. Ich bagge einfach in der Mauer. Boah, Gas. Hä? Ey. Aber jetzt hat halt jeder noch auf das Auto gerade. Das heißt, es wird sich eh wieder ändern. So ein Rennen zu gewinnen ist halt extrem schwierig. Aber du brauchst halt... Ja, Junge. Ich krieg so ein Burrito, Alter. Den haben einige bekommen. Interessant. Ja, irgendwann vor mir fährt wieder einer mit dem... Äh... Infernus davon, ne? Ja, meiner passt da wieder nicht durch, ne? Warte doch. Ja. Dann bist du mich wahrscheinlich gleich überholen. Welcher Platz bist du gerade? Äh... Weit hin. Heißt? Äh... 26. Bin noch auf Platz 8. Aber ich werd gerade so ein bisschen nach hinten durchgereicht, weil... Ich halt diesen scheiß Burrito Truck hab, Alter. Oh Gott. Da ist noch ein Transformer. Jetzt gib mir bitte irgendwas geiles. Digga. Und ich kriege... wieder so ein Squamper, Alter. Ich krieg zweimal beieinander ein scheiß Motorrad. Digga. Motorrad ist auch voll geil, Alter. Was soll ich sagen, Alter. Was ist das denn? Immerhin kann ich gerade erstaunlich gut mit dem Sportwagen mithalten. Ist ja interessant. Haben richtig viele gerade Motorrad bekommen. Hat irgendjemand so einen riesigen Truck? Scheiße. Ich hab glaube ich jetzt verkackt, oder? Ja, ich krieg von hier den Punkt. Äh... Ja, ne... Junge, mein Rennen ist vorbei, ne? Als ob die den Punkt nur auf dieser scheiß Seite setzen. Ja, einige sind falsch gefahren. Ehrenmänner. Ja, damit bin ich 23. Ich krieg den Brikade. Was ist das? Ey... Jaaa... Junge, noch schlechteres Fahrzeug. Okay, ich muss jetzt aufholen. Das geht um Timental und Duell. Ich bin jetzt 25, 26. Junge, ich war Platz 8 und jetzt krieg ich den Brikade. Ja, dann wird durchgereicht, man. Komme, Junge, ich bin jetzt... Jawohl, Motorrad. Jetzt geht's los. Junge, ich bremst 100 Stunden früher und der bremst nicht. Alter, was ist das? Boah, Junge, dieses Motorrad ist so schnell. Scheiße, ich bin vorbeigefahren. Kein Problem für ein Motorrad. Wo bist du? Hallo? Mach an, Digga, ich bin jetzt 14. Boah, ich bin jetzt am nächsten Transformer. Taxi, es wird nicht besser, ey. Nein, ich hab nen Shuttlebus bekommen. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Da war ich gerade kurz davor, dich wieder zu kriegen. Und jetzt habe ich nen Shuttlebus, Alter. Ja, Junge, ich werd wieder durchgereicht, Alter. Alles, was ich gerade gewonnen habe. Und vor mir sind so viele, Alter. Du könntest locker bis auf Platz 10 wieder vorfahren, wenn du jetzt einmal wieder was Gutes hast. Wo geht's lang? Vor dir. Wo bist du denn? Ich seh dich immer noch nicht. Oder? Welcher Platz bist du? Ja, 24. Ja, dann bin ich locker vor dir. Ja, Junge. Ja, ich brauche es, Mann. Aber du bist gar nicht so viel weiter. Du bist gerade noch zwei Kurven weiter. Komm, jetzt geht mir Supersportler. Komm. Jawoll, Formula. Hahaha. Aber die kommt zur Hand. Ja. Oh nein, die kommt zur Hand. Fuck. Ja, egal. Ich bin trotzdem schneller, Alter. Ey, wie viel Lack, dass du schnell ein Formular kriegst. Und wo bist du? Oh nein. Ich bin auch falsch. Nein. Ich hab keine Taxon. Wie viele eh gerade falsch gefahren sind. Welcher Platz bist du jetzt? 22. Ah, okay. Dann bin ich nicht vorbei. Ich hab bisschen Ruiner. 2000. Ich bin jetzt Zwölfter. Ich bin noch gar nicht so weit weg von meiner Vorgabe, in die Top 10 zu kommen. Naja, ich bin in meinem Ziel. Also nicht alle, dude. Vor mir ist aber ein Motorrad. Das krieg ich halt echt schwer. Jetzt kommt der. Jetzt brauche ich halt nochmal was Schnelles. Ja, Junge. Ich krieg den Impero, Alter. Die Motorräder sind tatsächlich gar nicht so scheiße. Vor allem auf dieser Wüstenstreike. Nein. Ich hab verkackt. Boah, Junge. Ich werd jetzt nochmal richtig durchgereicht. Ja. Willst du mich komplett verarschen spielen? Ich krieg den Müll, Alter. Ja, scheiße. So ein Laster, ja. Ah, 15. Schade. Aber ich bin vor dir, wa? Ich werd durchgereicht. Ich werd mein Ziel nicht erreichen können. Yes. Ich hab's geschafft. 15. Ist zwar leider auch nicht mein Ziel, aber... Ich bin Platz 24. 23. Jetzt wieder 24. Nee. Oh mein Gott, ich hab's geschafft! 24. Ah, mein. Mit dem Mugel. Ich hab halt so ne Scheißkarren bekommen. Ich hatte nicht eine geile. Du hattest wenigstens mal kurz den Formula. Ich hatte nichts. Ja, toll, Alter. Den durfte ich auch erst anfahren. Ja, aber damit steht's bei uns intern. 1 zu 0. Nehm ich gern mit. Und dann geht's direkt weiter mit dem nächsten Rennen. Und da sind wir wieder zurück. Mit dem nächsten Rennen. Was sind das hier für Scheißdinger? Ja, wirklich, ey. Welchen nehm ich denn da? Die sind ja alle richtig scheiße. Entweder den Roadlord oder den... Ich glaub ich nehm den... Ich nehm jetzt einfach diesen Retro... Oh Gott, nee. Ich nehm den nicht. Ich nehm diesen Lost Slam Van. Ich muss erst mal den hier... Am Anfang ist es nicht so wichtig. So, diesmal aber mit Kontakt. Transformer. Ja, das wird sehr interessant. Also... Wird spannend. Mal gucken, ob es ehren Mitspieler sind oder ob es so richtige Wichser sind, die einen nur wegömmeln. Boah, so lange geradeaus, Alter. Boah, diesen ganzen Geländeweg. Alter, ist richtig lang der Kurs, ne? Boah, gefällt mir. Aber einmal um diesen See rum. Digga, wenn du auf diesem langgeraden Stück so ne scheiß Karre hast, ist dein Rennen halt einfach over, ne? Bin sehr gespannt. 9,7 Kilometer klingt aber gar nicht so viel, eigentlich. Naja, ab geht's. Ich hab irgend so nen Voodoo Custom jetzt erstmal genommen. Ja, ich hab jetzt auch einfach so ne Dreckskarre genommen am Anfang, weil am Anfang ist das eigentlich eh egal. Am Anfang ist das eigentlich eh egal. Gut. Ich halte nach wie vor meinen Top 10 fest. Aber es geht natürlich immer noch um unser internes Duell. Mein Ziel eben erreicht. Ich werd jetzt, äh, mein Ziel ein bisschen höher ansetzen. Ich bin jetzt auf Ziel Top 20. Okay. So, perfekt burnout. Das ist schonmal gut. Weil ich sage, dass das theoretisch möglich sein müsste. Für mich. So, schauen wir mal. Das ist halt die Frage, was ich für Autos kriege. Ich starte relativ weit vorne. Das ist ganz geil. Über Start. Direkt mal zwei Leute abgehangen. Okay, geil. Direkt dritter. Oh, Liga. Ja. Problem ist, gleich wird der Kontakt losgehen und dann... Ah, Scheiße. Ich hab das nicht berücksichtigt, dass er in Kontakt ist. Oh, da ist er ja auch noch. Jawoll. Ja. Wie viel Pech kann man haben? Spiel? Ja. Ja, ja. Er dreht sich komplett raus. Er kippt sich nicht zurück. Ja. Scheiße. Ich werd durchgeraten. Ich bin 28. Ich krieg Bus, Alter. Im Gelände. Aber sei froh, da kannst du dich mit... Boah, Junge. Ja, Alter. Ich werd einfach von den Winz-Autos trotzdem zur Seite geschoben. Einfach. Mann. Ey. Ich hab den Polizeigate-Transporter bekommen. Ja, und dann kommt von links noch ne fettere Truck. Jäger, ich werd komplett... Junge, vor mir alle Supersportler. Ey, das gibt's doch nicht. Aber egal. Dann krieg ich vielleicht bei der Langrader-Ausstrecke mal was geiles. Das wär vielleicht was. Ja, mit Kollision, sag ich dir so, ist halt einfach ungeil, ne? Ist halt wirklich. Ja, da bist du. Guck mal, mein Papier. Nein. Ey. Ja. 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 Du kannst dich nicht bewegen. Ich komm nicht hier hin. Ich komm nicht hier hin. Junge, selbst dein Buns bewegt mich ja. Das ist dieses Teil hier, Mann. Das ist geil gewesen. Ich bin nicht unten durch. Ich hab da auch nicht. Guck mal, du bist ja schon wieder da, Alter. Der Erektar. Mann, Digga. Ja, sie rammt mich einfach weg. Was ist das, dieses Modus? Oh, Junge, ich krieg den warm aus, Alter. Ich bin 30. Mann, ich glaub, ich bin voll jetzt. Ja, ich bin 30. Komm. Danke. Du bist hinter mir, ne? Ich hab den Visionen bekommen, ey. Damit kann ich jetzt vielleicht mal ein Pub jetzt nicht machen. Nein, ich fahr gegen die Wand. Nein, da bist du. Ich komm nicht im Eck. Nein. Verpiss dich. Nein, da ist er. Scheiße. Alter, meine Karre dreht sich vom Geradeausfahren weg. Verpiss dich. Nein. Nein. Jawohl. Das gibt's doch nicht. Ich glaub, ich bin echt. Ich bin nicht ganz letzter. Jawohl. Jetzt hab ich einen geilen. Bei einem Gelände, Alter. Das ist das lange Geradeausstück hier, Alter. Junge, wie schnell deiner fährt. Ja, vor mir ist Worn zum Geldtransporter. Ciao. Ja, Mann, ich hab ja auch nur ein scheiß Motorrad. Gib mir Wildschatten. Nein. Nein. Wo ist der nächste Punkt? Scheiße. Wo ist er? Ja. Nein. Komm rum. Nein. Gib Gas. Nein. Zieh doch. Verpiss dich. Zieh doch wohl aus. Oh Gott. Nein. Ja, Digga. Ich komm halt. Ich hab den Krieger. Nein. Ich mach's nicht. Was krieg ich? Den Surano, Alter. Was ist das denn? Wie viel Pech kann ich denn die ganze Zeit haben, dass ich mich immer verschlage? Bist du da? Ja. Ciao. Ich bin direkt da. Oh Gott, wo geht's lang? Nein. Nein, du bist immer noch vorn her. Ja, Junge, wie du wegziehst. Junge, viel zu viel Verkehr. Oh, Junge, dieses Gelände ist halt eine Scheiße. Nein, kein Transport. Ich krieg den. Jawoll. Da ist er wieder direkt vorbei. Ciao. Ey, wie unfair ist das? Geil, Mann. Aber das ist die ganze Zeit so close zwischen uns. Das gefällt mir gerade richtig gut. Das ist das Ganze aber unfair. Ja, lass mich bitte vorbei. Mann, kommt die neigen Schmuck. Die 10er landen vorbei. Ja, der T20. Ramp mich weg. Du hast das doch nicht nötig. Ey, er rampt mich von hinten. Ey, nie wieder mit Kontakt, ey. Wirklich. Er lenkt nicht. Er lenkt doch ein. Ja, Junge, meine Karre wiegt 80 Millionen Tonnen und wird von so einem kleinen, leichten Rennwagen einfach richtig krass weggestoßen. Ja, ich krieg einen Mini-Van jetzt. Scheiße, ey. Das Rennen steht halt unter keinem guten Stern, Alter. Nee, absolut nicht. Ey, ich bin 29er, weil ich so einen scheiß Truck... Vor allem auf dem längsten Stück krieg ich so einen Truck, ey. Ich reise rein und reise es. Er wird einfach so nach hinten durchgereicht, Mann. Tiga, ich werde wieder von jedem überholt, Alter, mit diesem Mini-Van. Ich habe nämlich eine geile Strecke, aber... Der erste ist jetzt schon im Ziel, Alter. Junge, er zieht doch überhaupt nicht. Alter, ich fahre 90. Ich fahre 90. Und er wird nicht schneller. Das ist ja einfach pure luck, ne? Der ist im Buch und so und er wird folglich einfach noch rauskicken. Das gibt mir nochmal bitte einen guten Punkt, Alter. Das gibt es so jetzt. Und die anderen kriegen hier irgendwie Trucks, die einfach 150 fahren. Mein Truck hat 70 geschafft. Ja. Ich bin auch gerade die ganze Zeit mit 90 gefahren. Boah, da sind noch ein paar, die ich hole gerade. Na. Komm, den Betonmischer kriege ich auch noch einen. Doch. Boah, Junge. Noch 13. Da ist das Ziel. Fast gut. Nein. 12. Aber immerhin verbessert. Boah, Liga. Hey, ja, Mann. So ein Blixer, Digga. Ist das dein Ernst? Ja, aber... 2 zu 0, das freut mich natürlich sehr. Ich will mal direkt sagen, geht direkt weiter. Ja, damit sind wir beim dritten Rennen und es ist Supersportwagen geworden. Ja, mal gucken, was ich hier nehme. Ja, der Schwarzer sieht gar nicht so schlecht aus. Ich glaube, ich nehme den Schwarzer. Ich habe gar keine Ahnung, Alter. Ich habe gar keine Ahnung, Alter. Raptors scheiße. Ja, der Schwarzer. Der Schwätzer. Ach du Kacke. Okay. Ja. Drittes Rennen. 2 zu 0 steht es. Bei uns intern. Mal gucken, was das jetzt für eine Strecke ist. Ja, jetzt haben wir mal in der Stadt einen Kurs. Hier ist der Kurs. Ja, da ist es bestimmt rum. Aber wir haben einen Circuit, genau. Wir haben Runden. Gucken wir mal, wo es hingeht. Team Internistil geht weiter. Lassen wir mal wieder Burnout schaffen. Ich hätte ja zwei Perfekte, was ganz gut ist. Können wir gerne so bleiben. Hauptsache sieht es wieder ganz gut aus für mich. Also, ich habe verkackt. Ich auch. Ich habe nur ein gut. Schauen wir mal das Gleiche kriegen. Ja, ciao, Digga. Am Ende hatte ich irgendwie zu wenig, dann bin ich wieder auf 50 gedroppt. Interessant. Gut. Los, girls. Scheiße, ich habe abgewürgt. Ich habe abgewürgt. Hey, wie hast du das geschafft? Ja, ich habe zu spät aufs Gas gedrückt. Dann drückt der ab. Ja. Der muss halt direkt von Anfang an auf Gas sein. Ich bin 23. Ich bin mitten im Feld. Zum Glück ist kein Kontakt, Alter. Kein Kontakt, Alter. Junge, der Schatten ist so OP. Das kann ich dir jetzt ehrlich gesagt nicht genau sagen. Bei mir ist jetzt auch komischerweise die... ...Platzierungsanzeige gerade nicht vorhanden. Jetzt, oder? Jetzt, jetzt. Ich bin 15. Aktuell. Oh, dann bist du direkt vor mir eigentlich. Ich bin 21. Und vor mir ist quasi jeder. Scheiße. Oh, 10. 10. Ja, ich bin dagegen gefahren, wo die ganzen anderen auch gegen gefahren sind, leider. Erster Transformpunkt. Ja, ich kriege den Müllwagen, Junge. Und der Formula. Ja. Komm, Junge. Und jetzt muss er an den ersten gehen. Komm. Oh, ja. Alter, ist das okay. Ey, der fährt 60. Ich fahr 160. Jetzt geht er ab hier. Nein, der fahr verkackt. Wie kann man mit so einem Auto verkacken? 120 mit dem Müllwagen, Junge. Jetzt müssen wir erst mal in den Namen haben. Nein, ich bin 31 da, Junge. Boah, du hast da. Ich bin Dritter. Feier ich gerade so ein bisschen. Aber man hat halt wirklich das Fahrzeug für eine komplette Runde, ne? Nein. Der Molch. Ja, doch, was? Ich fahr gerade eine ganze Runde mit dem. Ich bin gerade Zweiter und vor mir das Erste. Ich überhau ihn gleich. Aber scheiße, jetzt kommt wieder der nächste Transformpunkt. Jetzt kriege ich was Scheißiges. Boah, geht sogar. Boah, nee, geht gar nicht. Na ja, na ja. Ja, ja, jetzt kriege ich so einen Oldtimer. Ich glaube, ich bin Vorletzer einfach. Ey, ich bin immer noch Dritter. Ich habe einen gigantischen Abstand nach hinten. Aber nach vorne leider fahren die mir jetzt auch davon. Oh, komm, wenn wir das halten könnten einigermaßen. Ja, der ist so langsam. Ich bin schneller als der Zweite. Ich fahr hier immer noch mit dem Müllwagen rum. Du hast den immer noch? Ja, ich... Der hat ja keinen Speed. Nein, jetzt werde ich durchgereicht. Jetzt bin ich schon Sechster. Formula hätte ich halt gerne zum Schluss gehabt. Bitte, bitte. Bitte. Jetzt war das Formpunkt. Oh, der Wagner. Komm schon. Komm, den muss ich jetzt erstmal holen. Jawohl. Jawohl. Von hinten kommt halt schon wieder der nächste Flotte an, ne? Ich gucke jetzt, ob ich da jemals nochmal die anderen rauskomme. Das ist so... Ich habe einfach so einen Verlust gemacht mit dem scheiß Müllwagen. Ja, Digga. Ich werde schon wieder geholt, Alter. Warst du jetzt wenigstens was Gutes? Der Wagner, der ist geil, aber... So, ich bin jetzt schon beim Transferpunkt wieder. Bitte, ich brauche jetzt noch wieder was Geiles. Jetzt kriege ich halt nur noch Durchschnittswagen, Alter. Ich habe immerhin einen einholen können gerade. Haha, yeah. Geil. Ich habe jetzt irgendein Sport-SUV. Boah, der geht... Boah, Junge, der geht aber ab, Alter. Ich glaube, das ist so ein Porsche. Oh, ist noch einer? Jawohl, noch zwei. Ich bin mal nicht mehr letzter, das ist mal ganz angenehm. Boah, weil mit dem kann ich Plätze gut machen tatsächlich. Der ist scheinbar schneller. Ich bin schon in der letzten Runde. Oh, ich werde gerne weiter dem Wagner. ETR 1, okay. Es gibt, glaube ich, schlechtere Fahrzeuge. Ja, der ETR 1, so, okay. So, ich überhole gleich den vierten wieder. Ich bin dann vierter. Alter, der ist so schnell. 230, Alter. Was ist für ein SUV? Aber hinter mir sind... Habe ich mal meinen Warten angeschaut. Aber hinter mir sind... Ja, ich hatte aber Winschatten noch. Arsch, aber jetzt kommt schon wieder der Transformpunkt. Jetzt brauche ich noch was Geiles zum Abschluss. Nee. Der Muscle Car gibt es zum Ende. Ich glaube, der ETR ist das gleiche Ziel. Komm, Winschatten! Alter, da ist gleich das Ziel, ne? Ich überhole gerade den dritten. Wir haben jetzt noch auf Platz 30 vorgekämpft. Nein, das Motorrad ist in die Kurve zu schnell. Nein, Alter, die Kurve hat es mir gerade versaut. Sonst wäre das ein Podium gewesen. Vierter! Oh, so eine Ärgerlichkeit. Ich war schneller, aber dann kommt die Kurve und dann kommt diese Scheiße nicht rum, Alter. Oh, ärgerlich. Ärgerlich. 26. Oh, komm, hol noch ein paar. Oh mein Gott! Alter! Junge, das war richtig vorgearbeitet. Nice. Ey, der Müllwang. Ey, der Müllwang! Ja, der ist aber richtig Pech gehabt, ey. Weil du den halt ne ganze Runde hast. Ja. Oh, ey. Aber mich ärgert das, ey. Ich war so kurz vorm Podium entfernt, ey. Das kann doch nicht wahr sein. Welcher Platz bist du da geworden? Vierter. Ganz knapp. Haha. Brr. Ich hab den dritten halt überholt und dann kam ne Kurve und dann kam der gar nicht rum. Und dann, ja. Wow, Alter, das ist krass. Ich hab das Motorrad wieder vorbeigefahren. Ich hab wirklich den Abstand Platz 37 oder so. Ja, krass. Und ich hab mich jetzt in den letzten zwei Runden... Ey, dieser Pablo Rodriguez, Alter, der hat mich in der letzten Kurve nochmal bekommen, ey. Ja, gut gefahren. Wer ist das Fahrzeug gehabt? 3 zu 0 steht's dann bei uns. Und ein Rennen kommt noch. Ja, meine lieben Leute, und das sind wir beim letzten Rennen für diese Folge. Hä, ich kann's nicht ausgeben. Ja, oh, wir können nur die Faggio nehmen. So. Man kann die nicht mal tunen. Doch. Doch. Kriegst ja andere Räder. Mehr nicht. Okay, Faggio. Ja, das letzte Rennen für heute. Das ist wieder die Runde, die wir schon kennen. Cannot prefer Burnout. Ja, perfekt. Okay. Letztes Mal knapp am Podium vorbei. Wäre natürlich cool, wenn's diesmal vielleicht klappt. Oh, hier gibt's kein Burnout. Ich starte fast ganz hinten. Ach, ich glaub, hier ist der Burnout so. Okay. Okay, jetzt erklär auf den 6, äh, Freude. Ich bin 31. Ja, Junge. Was kriegen die alle für'n Windschatten hinter mir? Hallo, was mach ich falsch? Ich geb Vollgas und die anderen ziehen halt an mir vorbei. Wo bist du jetzt? Oh, ich bin ganz vorne. Ich wurde richtig durchgereicht. Oh, ich bin Vierter. Ich muss Vili machen. Sonst war Vili mal langsamer. Nee, wie die sind immer schneller. Geht ein Zweiter gerade. Das ist, glaub ich, auch, dass du für eine ganze Runde, äh, Fahrzeug hast. Oh, nein. Oh ja, hier kommt ein Transformpunkt tatsächlich. Und der erste ist ein, ja, ein Sportwagen. Ist erstmal okay. Damit kann ich jetzt erstmal den Shuttle-Bus hinter mir lassen. Okay, aber es überholen mich halt wieder instantly alle Supersportler. Okay, zwei von vier. Tatsache, nur ein Punkt immer jeweils vor dem Ziel. Ich hasse dieses Spiel. Ich hasse es. Was hast du? HALF-Truck. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Der hat, der hat einfach Ketten. Nee, okay. Maximal Speed 97. Ja, okay. Ich fahr 150 jetzt, naja. Aber die Supersportler ziehen mir jetzt auch wieder eiskalt davon. Von hinten kommen weitere. Okay, ich bin gleich schon wieder da, also. Bin jetzt 11 da. Okay, wie viele haben denn bitte besseres Fahrzeug als ich, Alter. Ich werde hier durchgereicht. Ja, aber jetzt kriege ich... Digga, ich kriege von so einer bescheidenen Karte, kriege ich hier so eine richtig Scheißgabe. Ah, ärgerlich. Was ist das für ein Scheiß-Rennen-Modus? New Best Lab-Time, Alter. Eine Minute, null. Digga, ich werde weiter durchgereicht, Alter. Ich bin jetzt 19. Ich werde doch jetzt mal ein bisschen Windschatten hier. Ich kriege keinen Windschatten, weil die mir alle einfach davonfahren. Und von hinten kommen weitere, Alter. Welcher Platz bist du? Ja, letzter. Also. Beziehungsweise vorletzter, aber ich glaube, der letzte ist auf K. Also, so gesehen letzter. Ja, Digga, die Karre, was soll ich machen? Ich habe immer das Pech, dass ich eine Ratzkarre kriege. Ich bin mittlerweile allerdings auch auf dem 23. Das ist für eine ganze Runde und jetzt war es die Karre für eine ganze Runde eben. Der fuhr einfach maximal 98. Jetzt gib mir doch mal bitte jetzt ein Formular oder so. Digga, aber ich kriege schon wieder so einen Polizeitransporter. Ich habe jetzt zum dritten Mal hintereinander. Ja, sag mal zum zweiten Mal. Der erste war ja in Ordnung. Aber ich werde weiter durchgereicht. Final Lab, Alter. Ich kriege kein neues Fahrzeug mehr. Das war es. Am Arsch. 26. Da bin ich jetzt gerade. Was hast du für eine Karre? So ein Police-Truck, also ein Van. Der geht doch aber klar. Der geht gar nicht, Alter. Also zum Einholen ist das Ding nicht geeignet, Alter. Das ist halt viel zu kurz, der Rundkurs, dass man da jetzt nochmal rankommt. Ja, ich werde jetzt vom 26. überholt. Also das Rennen war auch wieder Pech. 27. Digga, du rufst mich doch safe gleich noch ein, oder? Glaube ich nicht. Jetzt bin ich noch zu weit weg. Bin zwar gut rangekommen nochmal, aber... Bist du 27. 28. Ja, bist du. Ja, ich kriege ein Stuntking XL. Alter, du bist ja wirklich direkt da gewesen nochmal. Ich hätte dich noch bekommen, wenn ich meinen Wagen nicht hätte, aber ich musste ja jetzt ja nochmal einen Kackfahrzeug kriegen. Ich kriege immer ein Kackfahrzeug. Ja, ich hatte diesmal aber auch nur Scheiße. Wirklich, ich hatte nur Scheiße. Tja, für die Folge soll es dann wieder gewesen sein, Freunde. In der nächsten Folge ist es dann weiter mit geilen neuen Folgen GTA Online. Warum machst du da so? Durchziehen. Danke fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.